Hallo und herzlich willkommen zum Lagebericht Nummer 3 zur Taiwan-Krise. Heute ist der 2. September 2022 und es ist 20.21 Uhr in Panama bzw. 3.21 Uhr am 3. September morgens in Deutschland. Die Lage in der Formosa Straße hat sich etwas entspannt, allerdings gibt es ein paar Neuigkeiten, die ich Ihnen hier nun vorstellen möchte. Die taiwanesische Regierung hat nun die Rules of Engagement, also die Regeln für die Streitkräfte angepasst, sodass sie nun die Genehmigung haben, Drohnen abzuschießen, wenn diese über taiwanesisches Staatsgebiet fliegen. Im Besonderen geht es hierbei um Kinmen und Matsu. Das sind die zwei Inselgruppen, die Taiwan nach wie vor kontrolliert, die direkt vor der chinesischen Küste sind. Ich denke mal Matsu war hier, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Und dabei ist es so, dass in den vergangenen Wochen es zu zahlreichen, in einem Maß, was man fast schon sagen müsste, zahllosen Überflügen und Eindringen in das Gebiet kam. Dabei geht es wohl vor allem oder ausschließlich um Drohnen ziviler Bauart. Was der Hintergrund dabei ist, ist natürlich aus der Ferne nicht vollends feststellbar, ob dies Zivilisten sind, die einfach mal rüberfliegen zum Nachschauen oder ob das vom chinesischen Militär durchgeführt wird. Die Vermutung liegt allerdings natürlich nahe, dass das das chinesische Militär ist oder zumindest direkt darin involviert ist. Bislang hatten die Taiwanesen keine klaren Regeln und keine klare Erlaubnis, die abzuschießen. Nun wurde es geändert. Sie versuchen mit Funk, mit Sprache, also Lautsprecher wohl und mit Leuchtkugeln die Drohnen zu vertreiben. Und wenn dies nicht gelingt, dann dürfen sie anschließend abgeschossen werden. Und da ist es nun zu einem ersten Abschuss jetzt gekommen, einer Drohne über Kinmen, die daraufhin ins Meer gestürzt ist. Wieso das von Bedeutung ist, können wir hier sehen. Ich habe hier zwei Videos von den Drohnen. Woher die kommen, ist nicht ganz klar. Teilweise aus dem chinesischen Social-Media-Bereich. Wer die dort hochgeladen hat, auch das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Die Aufnahmen sind aber wohl ziemlich sicher authentisch. Und wir sehen hier, ich weiß auch nicht, die ist leider sehr unschön geschnitten, sehr unpassend. Aber wir sehen hier nun eine Drohne, die über Kinmen ist und wo wir taiwanesische Soldaten sehen, die mit Steinen zunächst auf die Drohne werfen. Und man muss sagen, beachtlich, der hätte so um ein Haar getroffen. Das war schon sehr knapp. Und hier können wir nun einen Soldaten sehen, der hier eine Leuchtpistole in der Hand hält, mit der er Leuchtkugeln auf die Drohne abschießen will, um diese abzuschießen. Dabei bricht das Video leider ab. Und danach wird nur Erklärungen auf Chinesisch, die die meisten von meinen Zuschauern wahrscheinlich nicht verstehen werden. Von daher gehe ich zu einer weiteren Aufnahme. Und das zeigt ein bisschen natürlich die Dramatik, die diese Drohnen haben. Einerseits natürlich unfassbar belästigend für die Soldaten und geradezu Stalking, Nötigung oder ähnliches, wenn man da auf seinem Posten ist und diese Drohnen tauchen auf. Und andererseits kann man natürlich sehen, aus welcher unfassbaren Nähe die Aufklärung erfolgt. Aus dieser Nähe lassen sich Gesichter erkennen, da lassen sich Details erkennen. Jede Kleinigkeit, da lässt sich theoretisch erkennen, wie viel Munition irgendwo gelagert ist für Kräfte, welche Funkgeräte hier drin sind. All solche kleinen Details lassen sich aus so großer Nähe natürlich hervorragend aufklären. Und sollten die Chinesen zu irgendeinem Zeitpunkt ein Kommando-Unternehmen auf einer der Inseln durchführen, um die Kontrolle darüber zu unternehmen, hätten sie durch den Einsatz solcher Drohnen natürlich einen erheblichen Informationsvorteil, der ihnen in militärischen Vorgehen das absolut erleichtern würde. Daher eben nun der Abschuss künftig erlaubt. Und Taiwan hat auch schon angekündigt, dass es sich mehrere hundert Abwehrsysteme für eben solche kleinen Drohnen beschaffen will, wo fest davon auszugehen ist, dass ein guter Teil davon auch auf Kinmen und Matsu stationiert werden wird. Eine weitere Nachricht aus Taiwan haben wir noch, was Taiwan selbst betrifft. Und zwar erhöht es sein Militärbudget nun. Sie erinnern sich, in den letzten Lageberichten hatte ich davon gesprochen, dass es Initiativen in den USA gibt, den Taiwan Militärhilfe zukommen zu lassen. Aber verbunden mit der Bedingung, dass Taiwan seinerseits seine Militärausgaben erhöht und also einen wesentlichen Anteil an der Verteidigung seiner Freiheit selbst übernimmt. Und diesen Schritt, den ersten Schritt in diese Richtung zumindest unternimmt Taiwan nun. Es erhöht sein Militärbudget um durchaus beachtliche 14 Prozent. Auf nun 19 Milliarden Euro, was 2,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Taiwans entspricht. Aus den USA haben wir nun die Nachricht, dass amerikanische Kriegsschiffe inzwischen jetzt durch die Formosa Straße gefahren sind. Das ist insoweit eher ein Symbol, denn das ist oder vor allem muss das als Symbol gesehen werden. Die Taiwanstraße oder Formosa Straße ist ein internationales Gewässer, auch China selbst. Rotchina hat die internationalen Verträge anerkannt, dass alles über zwölf Meilen hinaus internationale der Seefahrt frei stehen und damit keine Beschränkungen unterworfen werden dürfen, was die Freiheit der Meere angeht. Und entsprechend kann China aus eigener Sicht auch keinen Anspruch darauf erheben, dass die Durchfahrt durch diese immerhin mindestens 180 Kilometer breite Straße in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt wird. Aber gleichzeitig ist es natürlich ein deutliches Zeichen, wenn man mit Kriegsschiffen zwischen Rotchina und Nationalchina, wie die alte Bezeichnung ist, gerne noch durchfährt, weil man sich sozusagen zwischen die beiden stellt, zwischen Taiwan und China und damit mit Waffen, mit einem Kriegsschiff. Und das ist nun wieder passiert und eine Bedeutung hat es auch in der Vergangenheit. Und zwar, das müsste, glaube ich, die dritte Taiwan-Krise gewesen sein in den 90er Jahren, als Bill Gates, nicht Bill Gates, Bill Clinton US-Präsident war. Dort stand die Wahl bevor, wenn ich mich recht erinnere, da könnten kleine Fehler dabei sein, was die modernere Innenpolitik Taiwans angeht, bin ich jetzt nicht der Experte. Aber da stand es wohl an, dass die Kuomintang ihre Wahl verliert an eine Oppositionspartei, die pro Unabhängigkeit zu sehen war. Und daraufhin hat China versucht, mit militärischen Mitteln, mit militärischen Drohungen dazu zu, die Taiwanesen dazu zu zwingen, eben nicht eine Partei zu wählen, die pro Unabhängigkeit ist. Und als Reaktion darauf folgte eben Raketenbeschuss eben auf Übungsgebiete, nicht auf Taiwan selbst. Und Bill Clinton hat daraufhin zwei Flugzeugträgerkampfgruppen geschickt und eine davon sogar durch die Taiwanstraße fahren lassen. Und danach war diese Taiwan-Krise in diesem Fall wieder sehr schnell vorbei. Und das heißt, hier ist, dass es heute natürlich nicht mehr möglich ist. Die Chinesen haben sich das damals als Weckruf genommen und haben seither die sogenannten A2-AD-Systeme entwickelt, also Anti-Access Area Denial Systeme. Seither bauen sie seit 20 Jahren, über 20 Jahren, langsam so 25 Jahren, bauen sie Systeme, um eben die amerikanischen Schiffe auf Distanz zu halten im Kriegsfall. Dazu gehören dann auch die ballistischen Antischiffsraketen und ähnliches, sodass eben heute ein Durchfahren durch die Taiwanstraße nicht mehr so ist, wie es in den 90ern noch war, dass es bedeutet hätte, dass ein kaum anzugreifendes, ja eine schwere amerikanische Flotte, die eine unfassbare Macht ausstrahlt, da durchfährt und sozusagen die Chinesen in ihre Schranken weisen kann. Heute würde ein solches Durchfahren im Fall der Fälle nicht, aller Wahrscheinlichkeit nach, wohl nicht durch die amerikanische Flotte mehr zu überleben sein. Also das ist nur ein bisschen zur Einordnung. Das Einfahren ist andererseits aber ein politisches Zeichen. Das kann man durchaus auch als eine gewisse Provokation in Richtung Chinas sehen, dass man sich eben nicht einschüchtern lässt und dass man seine Solidarität gegenüber Taiwan weiter ausdrückt. Aber die USA sind hier auch nicht der Einzige, der das macht. Auch die Briten und die Kanadier sind immer wieder mal durch die Taiwanstraße gefahren oder Formosa Straße, um eben hier die Freedom of the Sea Patrols, wie sich das auch nennt, durchzuführen. Also zu demonstrieren, dass die Seefahrt frei ist und diese zu erzwingen und damit gleichzeitig natürlich Solidarität gegenüber Taiwan auszudrücken. Für sich genommen also eine Routine, kann man sagen, eine Routine in der Hinsicht, dass es schon dutzende Male vorgekommen ist, aber es ist natürlich dennoch weiterhin ein gewissermaßen ein besonderes Ereignis, weil es eben nicht wöchentlich passiert, sondern normalerweise eher zu besonderen Anlässen. Ansonsten fahren auch die amerikanischen Kriegsschiffe meist eher südlich von Taiwan vorbei, wenn sie beispielsweise von Japan nach Singapur wollen. Inzwischen gab es allerdings nach Pelosi, haben sich die amerikanischen Politiker zumindest überhaupt nicht einschüchtern lassen. Es gab inzwischen drei weitere Delegationen und zwar zunächst eine Bipartisan Delegation, also sowohl Republikaner als auch Demokraten, unter Anführung eines US-Senators der Demokraten, hat Mitte August Taiwan besucht und hat sich dabei mit der Regierung getroffen. Wenige Tage später kam der Gouverneur von Indiana, Eric Halcombe, nach Taiwan und hat sich ebenfalls mit der Regierung getroffen. Und wieder ein paar Tage später ist die US-Senatorin Marsha Blackburn aus Tennessee eine Republikanerin in Taiwan eingetroffen und hat sich dabei auch mit Tsai Ing-wen getroffen. Das Besondere dabei war allerdings, dass sie in ihrer Rede gesagt hat, dass die freiheitsliebenden Nationen Taiwan in seinem Bestreben unterstützen müssten, seine Unabhängigkeit und Freiheit zu bewahren. Und das ist in der Wortwahl, hier ist natürlich nicht komplett klar, ob das Marsha Blackburn so gemeint hat. Tendenziell würde man aber davon ausgehen, dass sie wissen sollte, wovon sie redet. Unabhängigkeit ist hier nämlich der besondere Punkt. Und dazu muss ich kurz ein bisschen ausgreifen, ein bisschen ausführlicher werden. Offiziell, die offizielle Wortwahl ist, dass es nur einen China gibt. Und das wird sowohl von Taipei als auch von Peking so gesehen. Das heißt, Taipei erhebt de jure Anspruch auf ganz China, inklusive Hainan, inklusive Xinjiang, inklusive das hier oben, inklusive Tibet, innere Mongolei, Manchurai etc. Also Taiwan ist de jure immer noch, erhebt immer noch den Anspruch, das gesamte China zu repräsentieren und umgekehrt. Taiwan ist natürlich ein unabhängiger Staat. Da ist überhaupt keine Frage. Das ist aber die de facto Situation. De jure ist es laut Selbsterklärung nach wie vor China. Und es hat lediglich nicht die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet, beansprucht aber die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet, die rechtmäßige Kontrolle darüber zu haben. Das geht natürlich auf den Bürgerkrieg zurück, der nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgeflammt ist. Und woraufhin dann Chiang Kai-shek mit einer Million Mann und Beamten und so weiter und dem Staatsschatz nach Taiwan geflohen ist und das Festland den Kommunisten überlassen hat. Am Anfang hat er auch noch Hainan kontrolliert. Und hier oben war irgendeine Inselgruppe. Da bin ich sicher. Ich glaube, die hier war das. Irgendwo hier muss er auch noch was kontrolliert haben. Die beiden sind allerdings von den Rotchinesen erobert worden. Und seither gab es dann immer wieder ein paar Konflikte. Auch mal die Bombardierungen von, auch Kinmen und Matsu wurden mit Artillerie beschossen und solche Geschichten. Es gab auch einen Invasionsversuch, ich glaube, auf Matsu. Aber seither hat sich die Front ein Stück weit stabilisiert. Aber die Jure sagt Taiwan nach wie vor, es ist China. Und Unabhängigkeit wäre entsprechend der Schritt, der der aktuellen Partei nachgesagt wird, dass sie es will und die es eigentlich auch will. Nämlich, dass Taiwan offiziell erklärt, okay, wir sind nicht mehr China, sondern wir sind jetzt ein eigener Staat, der sich Taiwan nennt. Und das ist eben das Besondere. Das ist die Geschichte mit der zwei Staaten. Hier ist es One-China-Policy, also die eine China-Politik, weshalb zum Beispiel kein Staat offiziell diplomatische Beziehungen mit beiden Chinas unterhält, weil China, sowohl Taiwan übrigens, auch Taiwan, aber natürlich auch Festlandchina, haben die Welt dazu gezwungen, anzuerkennen, dass es nur ein China gäbe. Und dementsprechend kann man natürlich nicht mit beiden unterhalten. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Hallstein-Doktrin im Kalten Krieg, wo Deutschland auch gesagt hat, zumindest lange es durchgehalten hat, dass es wohl keine diplomatischen Beziehungen mit Nationen unterhalten hat, die die DDR anerkannt haben, weil die Bundesrepublik den Anspruch erhoben hat, das einzig legitime Deutschland zu sein. Ausnahmen wurden dann nur gemacht mit der Sowjetunion unter DDR selbst, weil man natürlich gesagt hat, wir müssen mit den illegitimen der sowjetisch besetzten Zonen, der sogenannten DDR, müssen wir als Deutsche reden. Aber wenn jetzt, was weiß ich, wenn jetzt Indien die DDR anerkennt, dann brechen wir die Beziehung zu Indien ab. Das ist meines Wissens eine grobe Zusammenfassung, nicht etwas ungenau, aber im Groben die Hallstein-Doktrin, die dann auch aufgewässert wurde. Und ein bisschen lässt sich das hiermit vergleichen. Das heißt, wenn jetzt eine US-Senatorin sagt, die taiwanesische Unabhängigkeit, dann redet sie davon, dass Taiwan als eigenständiger Staat anerkannt wird. Und das wäre eben die Abkehr von der Ein-China-Politik und damit die Jure-Unabhängigkeit, die der de facto Unabhängigkeit folgen würde. Denn de facto ist Taiwan selbstverständlich ein unabhängiger Staat. Es erfüllt jedes Kriterium dazu. Aber eben in Traditionen aus historischen Gründen erhebt Taiwan offiziell nach wie vor den Anspruch, das eine China zu sein. Deswegen eben die Bedeutung, wenn eine US-Senatorin davon spricht, dass die Unabhängigkeit erhalten bleiben müsse. Was die USA betrifft, aber nicht direkt mit der Taiwan-Krise zu tun hat, aber in dem Kontext nicht unwichtig ist, ist, dass die Salomonen jetzt erklärt haben, US-Schiffe dürfen nicht mehr, Kriegsschiffe und Küstenwache, wobei die, glaube ich, auch als Militärschiffe gelten, in diesem Kontext, dürfen nun nicht mehr in den Salomonen einlaufen. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die auch mal eine separate Betrachtung wert wäre, wenn da irgendwie Zeit und Gelegenheit sich bietet. Denn die Salomonen haben nun ein militärisches Abkommen mit China getroffen. Und das wirkt große Aufregung, sowohl in den USA als auch in Australien. Und ich habe tatsächlich schon Kommentatoren aus Australien gelesen, die eine Militärintervention gefordert haben. Das ist, wie gesagt, hier reden wir von Fachkommentatoren, auch nicht irgendwo von irgendeinem Facebook-Eintrag oder sowas, sondern von Fachkommentatoren, aber nicht von staatlicher Seite jetzt. Noch nicht, dass irgendwelche Regierungsstellen sagen, wir sollten dort einmarschieren. Davon habe ich nichts mitbekommen, wobei ich das durchaus auch für möglich halten würde. Denn die Australien sieht sich durch China ebenfalls bedroht und sollte China auf den Salomonen Stützpunkte errichten dürfen, wäre das natürlich eine erhebliche Bedrohung für Australien, wenn die Chinesen statt hier auf einmal hier wären. Das kann man sich vorstellen, da wären sie praktisch in Reichweite der Bomber und Mittelstreckenraketen könnten Australien erreichen etc. Also nicht in direkten Zusammenhang, aber passend in etwa zu dem Kontext, weil es natürlich bei Taiwan, auch bei der Taiwan-Krise im Ganzen, bei dem Taiwan-Konflikt geht es natürlich im Ganzen vor allem um die Dominanz im Westpazifik. Und da spielen Australien und in dem Fall nun die Salomonen natürlich ebenfalls eine Rolle. China selbst, muss man sagen, hat mit den Manövern gezeigt, dass es neben der direkten Invasion ganz offensichtlich auch Planungen, konkrete Planungen hat, was eine Blockade der Insel angeht. Die hat es mit diesen Manövern, die ich in den vorherigen Lageberichten angesprochen habe, ganz offensichtlich geübt, um eben als weitere Option zu einer reinen Invasion nun auch eine Blockade durchführen zu können. Und das Problem ist, sollten solche Übungen weiter stattfinden, immer wieder stattfinden, dann droht irgendwann, dass eine dieser Übungen einem versteckten Aufmarsch für die tatsächliche Invasion dient. Denn all das, was China seit eigentlich inzwischen Jahren macht, dieses permanente kleine Überschreiten von Grenzen, dass die Mittellinie in der Formosa-Straße von Flugzeugen überflogen wird, dass chinesische Flugzeuge dicht um die Insel herumfliegen und so weiter, all das dient der Zermürbung der Taiwanesen, die jedes Mal Abfangjäger aufsteigen müssen oder sich irgendwann entscheiden müssen, keine mehr aufsteigen zu lassen. Was natürlich zu starken Ermüdungserscheinungen führt, sowohl was das Personal angeht, als auch was das Material angeht. Und auf Dauer kann niemand dauerhaft in Alarmbereitschaft bleiben, während China durch die Größe seiner Streitkräfte natürlich im theoretischen Falle einfach durchrotieren kann, wenn es um hohe Einsatzbereitschaft geht. Und da droht bei solchen, da hat dieses Manöver auch gezeigt, wenn die Chinesen so etwas häufiger durchführen sollten, droht zu irgendeinem Zeitpunkt, dass das einem verdeckten Aufmarsch einer Invasion dienen würde. Denn ich bin in den vergangenen Lageberichten darauf eingegangen, dass generell die große Frage ist, ab wann die Amerikaner reagieren, und ob sie vor allem schnell genug reagieren können, Taiwan zu helfen, bevor Taiwan gefallen ist. Denn in dem Moment sollte Taiwan tatsächlich erobert sein und unter Kontrolle der rotchinesischen Regierung sein, dann müssten die Amerikaner eine amphibische Invasion durchführen, auf einer Insel, die eben weniger als 200 Kilometer vom chinesischen Festland entfernt ist. Und die nur sehr wenige Strände hat, die für amphibische Operationen geeignet sind. Was für die Amerikaner extrem blutig wäre und daher aller Wahrscheinlichkeit nach wohl nicht erfolgen würde. Das heißt, für China kommt es massiv darauf an, möglichst überraschend erfolgreich eine Invasion durchzuführen, wenn es soweit kommt. Und dafür würden sich solche Manöver natürlich ganz erheblich als Vorbereitung eignen. Und das ständige Abklopfen der Taiwanesen, ihrer Bereitschaft, die ständigen kleinen Provokationen wie das Überfliegen der Mittellinie oder etwa in der Art, führen natürlich zu einer Ermürbung Taiwans, die zu irgendeinem Zeitpunkt eben dann in ihrer Verteidigungsfähigkeit eingeschränkt sein können. Sonst habe ich noch zwei kleinere Nachrichten, eine in direktem Zusammenhang und eine nur geografisch dazu passend, aber im Gesamtkontext. Und zwar gibt eine japanische Zeitung, ich habe das leider nur aus zweiter Hand vom Spiegel gefunden, der eine sehr interessante Nachricht daraus gemacht hat. Und zwar der Spiegel hat berichtet, eine japanische Zeitung habe berichtet, Japan wolle nun 1000 Marschflugkörper hier auf den Ryuko-Inseln stationieren. Und das für sich ist nicht ungewöhnlich. 1000 Kilometer würde bedeuten, dass die so hier so einen Einsatzradius hätten und damit sinnvoll wäre, es sinnvoll wäre, die hier zu stationieren. Allerdings stand in dem Spiegelartikel, dass laut der japanischen Zeitung, die dazu die japanische Regierung die Reichweite der Marschflugkörper von 100 Kilometer auf 1000 erweitern würden. Und mir ist es jetzt nicht, für mich ist es geradezu undenkbar, dass ein Marschflugkörper, der für 100 Kilometer ausgelegt ist, mal eben durch eine kleine Modifikation auf 1000 Kilometer umgebaut werden könnte, also auf die zehnfache Distanz. Das würde praktisch eine Neuentwicklung erfordern. Das ist ein völlig neuer Flugkörper, das können Sie sich vorstellen. Die zehnfache Menge Treibstoff, das heißt die zehnfache Menge an Gewicht, damit muss das Ding größer sein, damit ist wieder das Gewicht höher, damit ist wieder die Reibung höher, damit muss das Triebwerk stärker sein und so weiter und so fort. Da folgt ein ganzer Rattenschwanz dran. Auch die Abschussgeräte sind entsprechend dann, müssen größer sein und sind wahrscheinlich nicht mehr kompatibel. Also wie weit das stimmt, was da der Spiegel draus gemacht hat, kann ich nicht sagen. Aber ich habe auch einen Artikel, der so eine längere Abhandlung, durch die ich mich noch arbeiten will, was japanische aktuelle Marschflugkörperentwicklungen angeht. Dazu bin ich noch nicht gekommen. Vielleicht kann ich das in einem künftigen Lagebericht in naher Zukunft mal etwas aufklären, sofern ich selber da bessere Erkenntnisse dazu gewonnen habe. Aber wie gesagt, die Nachricht, dass die Japaner nun hier wohl eine große Anzahl Marschflugkörper stationieren wollen, Das würde insoweit Sinn ergeben, weil Japan ja in zunehmendem Maße Taiwan als sein nationales Interesse ansieht. Da es inzwischen, es war immer so von zweiter Reihe, so stellvertretender Verteidigungsminister oder ähnliches, aber es war aus Regierungskreisen, gab es nun mehrfach Erklärungen, die unmissverständlich darauf hindeuteten, dass man in Japan im Prinzip die Unabhängigkeit Taiwans, also die Nichtkontrolle Taiwans durch Rot-China als nationales Interesse sieht. Und als letzte Meldung habe ich noch etwas Übliches aus Nordkorea, und zwar die Meldung, dass Nordkorea mal wieder Südkorea mit völliger Vernichtung gedroht habe angesichts Jahrestagen bezüglich des Koreakrieges. Aber gut, ich meine, das ist natürlich eine Nachricht, die wir fünfmal im Jahr hören. Das gehört zum üblichen Duktus, den man in Pyongyang pflegt. Da muss man wohl, um sich als Diktator erhalten zu bleiben oder irgendwas, muss man mehrfach pro Jahr den Amerikanern und den Südkoreanern mit der Vernichtung drohen. Also das dürfte nicht zu ernst zu nehmen sein. Das war es soweit, wie gesagt, etwas kürzer, aber ich hoffe, es waren doch ein paar Informationen dabei, die interessant für Sie waren. Ich sehe es gerade, 22 Minuten, also doch relativ kurz gefasst. An dieser Stelle nur wieder das Dankeschön an alle, die den Kanal unterstützen. Ohne Sie wäre das Ganze hier natürlich nicht möglich. Vielen herzlichen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung. Und wenn auch Sie unterstützen möchten, finden Sie die Möglichkeiten dazu in der Beschreibung. Und ansonsten natürlich das übliche Social Media. Daumen hoch, wenn es gefallen hat, abonnieren, wenn Sie künftig weiteres erfahren wollen, im Besonderen natürlich die Lageberichte zum Ukraine-Krieg. und Glocke nicht vergessen, damit Sie keine Videos verpassen. Und wenn Sie es Freunden und Bekannten weiterempfehlen würden, würde mich das natürlich auch sehr freuen. Das war es soweit für heute. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und bis bald.